hallo und herzlich willkommen zurück zur let's play angela trick schicksal kapitel 16 das schatzlager ich schaue gerade mal ob wir anderen charakter freistellen können hier render modus next gen filter kann ich einmal einlassen ich kann noch nichts freischalten ich bin einmal mit dem next gen filter ich glaube der macht das ganze ein bisschen dunkler nicht so optimal für euch für die zuschauer ich lache lieber mal wieder aus besser ein echt gutes versteck für den verdammten schatz ist das so da oben habe ich schon ersten schatz blinken gesehen hier gab es keinen schatz wo sollen wir lang gehen oh ich habe jetzt nicht drauf geachtet auf dem boden gerade egal warte mal warte mal in der ecke von jacks karte stehen auch römische zahlen das muss etwas bedeuten hier ist zwei jetzt müssen wir darüber fünf drei müssen wir nicht sechs fünf sechs brauchen wir nicht das muss für irgendwas gut sein wieder so kriegen wir ein bisschen wasser ins spiel es tut sich was so was ich jetzt nicht verstehe wie sich das jetzt noch weiter drehen kann obwohl das schon am maximal anschlag ist weil das kombiniert ja miteinander ah ne wenn das mit dem wasser funktioniert kann es sogar gehen obwohl funktioniert eigentlich nicht weil wenn das anfängt geht es in bewegung da müsste es auch wieder aufhören wenn das aufhört aber das wäre egal hier drei brauchen wir nicht also gehen wir hoch so sechs brauchen wir auch nicht fünf hier zwei brauchen wir wieder ist kein schatz da war der schatz gerade rechts sally hörst du mich verdammt nichts warum sally hört man nichts und komme ich denn an den schatz ran es kommt schon noch so jetzt habe ich einen fehler gemacht ich muss nämlich wieder zurück ich muss nämlich erst dahin weil da ist auch ein schatz wir wählen besetzte silberbrosche schatzsuche experte sind wir jetzt schon was was hebt er sich nicht fest auch nicht schon wieder hier und die ruhig bei der sequenz wo wir mit dem sally versuchen zu reden speichern können jetzt kommt die sequenz sicher wieder ah ne nicht mal so ach jetzt kommen wir dahin oder da unten ist dies ist der schatz da kommen wir schon noch hin ich bin mir sicher Soja, ich weiß schon, dass wir hier langen müssen. So. So. Hey! Geschafft! Hey, pass auf! Wo-wo-wo-wo! Ah, fuck! Ich war grad nicht am Controller. Egal. Machen wir das nochmal kurz. So, diesmal. Hey! Geschafft! Hey, pass auf! Wo-wo-wo-wo! Schon gut! So. Nichts passiert! Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Schatz. Puh! Boah, knapp. Ja. Okay. So. Hier wahrscheinlich lang. Da oben ist der Schatz. Ne, ich hol jetzt den Schatz, Elena. Silberkalk mit Deckel. Das sind nur noch neun, beziehungsweise zehn Schätze. Weil man kann 61 erreichen durch die Reliquie, die wir schon haben, glaube ich. Wir müssten von rechts kommen. So. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Werde schon noch sehen, was das ist. Ich sag mal nix. So. Was zum? Danke, Nate. Bitte. Also, gehen wir weiter hoch. Fünf wieder hier. Zwei. So. So. Das wird ja einfach immer besser. Vier Tür für die beiden hier. Okay. Vielleicht auch nicht. Irgendwie ist der andere jetzt weg. Was ist jetzt? Oh, Mann. Verlag doch noch auf uns zu schießen, ey. Ey. Sterb dir mal. Hinterher. Hinterher. So. So. Die hatten wir, ja. Da sind sie. Ja, das ist unfähig. Seht ich nicht. Ja. Der ist da drüben, irgendwo. Wo ist denn der? Da steht er ja. Ah, das kann dir helfen. Cool. So. Nehmen wir mal die Ausrüstung. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Oder wir nehmen mal den, seine Waffe hier. Oben liegt ja auch noch eine von seinem Kollegen. Komm raus. Komm raus jetzt. Das ist. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Boah. Okay. Alter. Alter. jetzt haben wir ihn aber erwischt gefällt mir schon besser tauscht aber gleich wieder habe ich nur gemacht habe weil wenn ich die waffe nehmen wenn ich dieselbe noch habe dann kriege ich lange nicht so viel munition vielleicht muss er hier drehen dann geht's hoch so hätten wir die auch erledigt wer schießt er denn hat er davon also gehen wir hoch erstmal wieder ein längeres kapitel da war ein Schatz gerade so wie kommt man hier nochmal hin genau hier kommt man da glaube ich hin los geht's oder wie kann man denn hier nochmal hin verdammt verdammt weiß ich jetzt gerade nicht vielleicht musste man auch von hier springen nein ich wollte zweimal springen abgefahren auch ne jetzt sind wir wieder hier ich hatte gar keine chance du dich sollst schüttel mal schüttel ich nicht das ist mir vorbei jelena ich bin gestockt Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie ich da hinkomme. Vielleicht muss ich auch erst da hin. Hm. Das tat mir schlimm weh. Okay. Stammt, du kommst da hin? Hm. Hm. Verdammt, verdammt. Bringt mich um. Bringt mich um. Bist alleine, ja. Der Platz kommt hier nun. So, soll ich es fahren? Dammt. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich wollte springen. Oh, ja. Endlich. Goldene Schlupftabakdose. Wie komm ich jetzt wieder zurück? Verdammt. Na ja, egal. Ich hab den Schatz. Das ist doch fast zu. Das spawn ich wieder da. So, den kill ich jetzt auch. Das macht er später noch Probleme. Nicht mehr mehr. So. Und jetzt ist es hier wieder weiter. Da drüben ist er! Er ist hier! So, hier muss ich auf jeden Fall nicht lang. Und der ist schon wieder. Lang machen so schlecht hin, irgendwie. Das ist ja wieder hoch. Versuchen bis hier lang. So. Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Ist Drake? Er hat ihn nicht gefunden. Er ist hier gestorben. So viel zu großem. Sein Leben vertan. Für gar nicht. Nate. Können wir weitergehen? Ja. Lebend gerne. So. Es muss doch hier rausgehen. Es muss doch hier rausgehen.